Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die der Grund für Außerirdische sind, sich für die Erde zu interessieren. Lululululul, Christian, Müt und Waffa. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki. Und wir spielen jetzt das superkrasse, schnelle 30-Sekunden-Battle. Buchstaben zählen. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Und der Daniel kennt die Regeln schon und der Christian auch. Und wir fangen an mit dem ersten Buchstaben, mit dem ersten Wort. Und der Daniel fängt an. Achtung, fertig, los. Buch. Vier. Polizist. Acht. Nutte. Fünf. Papst. Fünf. Hund. Vier. Computer. Ach, acht. Videokamera. Ach. Und stopp. Ölf. Nee, elf waren es. Ja! Also, das Bettel hast du verloren. Es muss ja dracken, 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 dracken gehen. Verstehst du? Ja, ja. Machen wir gleich nochmal nach der nächsten Musik. Alles kein Problem. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Ja. Bis zum nächsten Mal.